Vor uns liegt ein Weg in eine ungewisse Zeit, durch Schatten und Licht und wer weiß wie weit. Der Kerl den Scharkelschlag aufladen, okay. Mein Ernst, Junge, den hast du drei Meter gegen den Wind, den Kerl. Was ist das denn da? Ein Zombie? Jo moin, Freunde. Kann ich mir das irgendwie... Oh, das ist ein Zombie. Auf jeden Fall kann ich mit Nemesis nicht sprinten, Freunde. Oh, Peiche! Aber echt, dass Nemesis nicht sprinten kann, ist echt belastend, muss man ehrlich zugeben. Na? Oh, da ist die eigentlich, Freunde. Jetzt läuft sie weg. Ah! Also, Freunde, wenn man das zum ersten Mal spielt, ist das Spiel hier belastend. Äh? Da lang? Ah, mit dem Blut... Jetzt ist die schon wieder weg. Oh, da hinten ist Party! Schnappt ihn euch, Zombies! Okay, man kann nicht durchgehen? Okay, schade. Hey, Junge, wie soll man den Gegner denn hier finden? Das ist echt Glück, um jemanden zu sehen bei auf der Map. Ah, da haben wir was gesehen. Habt ihr das gesehen, Freunde? Oh, da hinten ist das gesehen. Boah, Cam, den holen wir uns, Freunde, den holen wir uns. Ja, den haben wir getroffen. Er blutet. Das ist Ares. Wir haben den Ares, Freunde. Das gibt Entchen am Spieß. Entchen am Spieß. Weg mit dir. Oh, der Generator schon fertig. Ja, moin. Diese Jagd auf der Ares hat mich richtig viel Zeit gekostet. Das muss man ehrlich zugeben. Das Problem ist, mit dem kann man... Okay, der greift. Waaah ha haaa, dieses Krieger ist mir schön. Lauf Zombies, lauft Komm, komm, komm raus Oh, Tigerchen liegt am Boden, Freunde Hallöchen, Tigerchen Na, wieso kann ich die nicht Ah, komm hoch, kleines Mädchen Ja, die haben schon einen Eingang Okay Ob wir nur einen erwischen, Freunde Ob wir nur einen erwischen Da hinten ist der Ausgang Lauf, Entchen, lauf Die Ente ist weggelaufen, Freunde Sie will nicht mit mir spielen Wie gemein Oh, die haben Tigerchen gerettet, verdammt Da fehlt mir irgendwie so wirklich was zum Sprinten, muss man echt zugeben Oh, die sind nicht so richtig Oh, die sind nicht so richtig Oh, die sind nicht so richtig Lauf, Entschirchen, lauf! Die zweite... Der lässt einfach seine Kameraden zurück, Freunde. Was für eine feige Ente. Okay, der ist auf jeden Fall... Oh, der ist auch schon eingegangen. Was für ein kleiner Feigling. Und wo ist Tigerchen? Tigerchen, bei Fuß. Tigerchen. Tigerchen. Okay. Ich glaube, die spielen nur mit mir. Junge, diese weißen Zombies gehen mir auf die Eier, die hier überall rumlaufen. Denen ein bisschen mehr Arbeit machen können, meiner Meinung nach. Cool. Kann man hier einen Kran rein? Ich will den Kran steuern. Junge, ist der hästlich. Der erinnert mich irgendwie an ein Drachenfeuer, muss man ehrlich zugeben. Okay, Freunde, ich hoffe, es hat auch Spaß gemacht. Wenn ja, freut es mich. Aber ich hänge wahrscheinlich eh noch was dran, deswegen. Zweite Runde später. So, Freunde. Zweite Runde. Diesmal als Opfer. Und wir spielen mit Ente, Sarah und Yoshi gemeinsam gegen Tigerchen. Mal schauen, ob das besser wird. Und bei Steam mehr und bei 6 Euro irgendwas, werde ich auch noch anteilig unterstützt. Ja. Ohne, dass derjenige mehr zahlen muss. Also kurzum, win-win für alle Beteiligten. Außer vielleicht für Instant. Weil die bezahlen mich ja. Nicht derjenige, der sich das Game kauft. You know what I mean? Nobody knows. Viel Spaß, dann musst du es. I'm doing a lot. Ich danke dir, dass du da warst. Vielen Dank auch nochmal für dein Follower an dieser Stelle. Oh, bis zum nächsten Mal. Nack, nack. Nichts machen. Oh, kalt. Ghostface. Spitze. Geil. Heißt im Klartext, wir sind gefickt. Okay. Oh, cool. Direkt neben dem Generator spawnen. Gefällt mir. Zusammen mit den Entchen. So lange wir nicht scharkatzen, hast du das. Ja. Ah, nur leider ein guter. Scheiße. Apropos verkacken. Ja. Weil jetzt wird Reparatur-Kit. Hm, Sarah hat einen Schlag bekommen. Oh, verlammt. Apropos verkacken. Ja. Ah. Ich bin weg. Ich bin mal weg. Bevor sie... Ich kümmere mich mal gerade um die ganzen Totems. Ja. Kann man die auch für besser sehen, die Totems irgendwie, oder? Mit einer Karte. Ah. Oh, Sarah ist am Haken. Da hinten, okay. Nicht kurz. Oh, oh. Die kam es. Ja. Die läuft da hinten rum. Ich sehe sie gerade. Ich hatte das Problem, der meiner war sehr langsam. Nee, teleportieren kann Gottfett. Nee, er kann... Er kann sprinten. Hallo Frau, was waren Sachen? Hallo. Komm jetzt. Komm jetzt hier hinter. Los, 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 los. Oh, oh. Sie ist bei mir. Ah. So, bitteschön. So gut wie neu. Aber sie ist da an dem Generator, wo wir eben waren. Das ist nicht gut. Ja, sie ist bei mir. Ja, sie möchte mit mir spielen. Haha. Ah. Wofür? Das sagt sie doch nicht in meine Idee, Mann. Die schlägt ihr mit einem Mal auf den Boden. Wie frech. Nein, 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 nein. Ich glaube, ich habe ihre Spezialattacke abbekommen. Sie hat dich, Aris. Ja, das ist mir schon klar. Sie möchte enter am Spieß, Freunde. Sie möchte enter am Spieß. Hallo, bleib... Aua, bleib doch weg von meinem Arschloch. Warum machen Sachen? Ich habe mich auf höchste Stufe geheilt. Ich brauche nur noch ein bisschen Hilfe. Ich bin gleich da. Achtung, sie kommt irgendwo hier hin. Dankeschön, ich bin weg. Nein. Bitte, hier. Selbstheilung, Selbstheilung. Nehmt Aris. Ich hänge nochmal unten ab, ne? Stehst du gerne auf Abhängen, Aris? Ja, super hier. Ich genieße die Landschaft. Hier ist noch ein Jen, okay. Die ist im Haus oben. Ne. Kann jemand Aris helfen? Ah, das war, glaube ich, der, der Stein, den ich vorbereitet habe. Kommt ran hier, Hilfe. Ich versuch's. Ich bin gleich da. Hi. Okay, Selbstheilung. Wie läuft das? Kann ich gleich machen, oder was? So, mit rechten Mausteißel. Au! Aris, komm mal her. Blöde Kuh, haut mich einfach. Perfekt, Alter. Ja, sie bringt mich in den Keller. Hallo, ich möchte dich mit dem Keller, Tigerchen. Das ist aber ungünstig mit dem Keller, ne? Aber sie geht auch wieder nach oben. Komm, häng ich hier und singe. Komm, sie von nah und fern. Dann hör auf zu singen, gell. Ha? Mach mal trennen. Ich häng hier einfach mal ab. Geht gut an. Ne. Mach das. Das ist geil, wie langsam sich das Ding hinter dir ein aufbaut, dass ich in den Totenreich wollte. So langsam das Feuer, dass er oben geht. Oh, okay. Nein! Das ist so früh. Scheiße. Dafür war der großartig. Okay. Sie ist an meinen Arsch. Ja, und bei mir bilden sich Zapfen. Die möchten mir ins Herz stechen. Anime braucht Hilfe. Ja, ich sterbe gleich. Frau, hast du noch Zeit? Ja, sieh, ich bin in Stufe 2 angekommen. Danke. Hui. Wir können das die ganze Zeit zu machen. Ich hab da kein Problem mit. Uff. Stech es mir jetzt zwischen die Beine. Hältst du noch auf? Ja, ich bin noch dabei, Yoshi. Aber ich halte nicht mehr lange aus. Es wird immer kleiner, dieser Space-Ding. Hilfe. LOL. Drei. Oh. Ne, ich kann mir da nicht zum Hallen bei. Jetzt ist sie hinter mir her. Warum? Weil sie auf dich steht, Aris. Dann guckt mir leid. Dann tut es mir leid, Aris. Das war jetzt allah hier. Ein bisschen. Hat er halt die zu dir geführt. Sehr schaman von ihm. Ja, oder? Hab ich mir auch gedacht. Lauf doch! Du blöder Scheiß-Schick-Mongo. Hey! Sie ist hinter mir her. Sie steht auf dich, Aris. Ja, toll. Da läuft noch jemand verwundet rum. Ich glaub, Sarah. Oh, Sarah, ich höre sie. Nein, hat mich. Ach, bitte. Ah, direkt da im Haus. Ja. Ich werde von Tiger-Schick-Mars genommen. Möchtest du nicht von Tiger-Schick-Mars genommen werden, Aris? Nein. Aris am Haken. Ja, ich bin gone. Okay, saftig. An der Seite. Oh, oh. Ich höre sie wieder. Ah, die läuft zu dir. Ich sehe sie von hier aus. Sie kommt zu eurem Haus. Oh, ist das Joshi da drin? Einer von euch beiden ist auf jeden Fall in Gefahr. Ja. Meine Arschluss. Ist das ein Generator? Oh, ist ein Generator. Okay. Okay. Woher hinkt ihr denn? Also hast du ihn befreit gut. Ja, Hilfe. Ja. Haha, ich bin runter. Nein, die läuft mir hinterher. Ich werde tot sein, wenn sie mich aufhängt. Ich mag die Frau nicht mehr. Kack, kack, kack. Oh, wer? Schuld. Silver Star. Ah, ich habe es an den Kasten gefunden. Nein! Oh, ja! Ey, ihr wollt mich doch kommen. Die verarschen! Die Ente liegt am Boden. Ente am Boden. Ente am Boden. Auf einmal war die hinter mir. Ich habe keinen Herzschlag gehört. Ja, das ist halt Fähigkeiten von Ghostface. Sie kann sich, glaube ich, behörbar machen. Oh, Sarah kommt an den Haken. Ja, mein Lieder. Ich bin tot. Ach, du, sie kommt. Ah! Rennen. Sarah, willkommen in der Totenwelt. Ja. Oh, Aris, sie weiß, wo du bist. Hau ab! Ey, du Oschi, Mann! Sie mag dich! Offer Games kommt mega sympathisch und hier muckt die. Scheiße. Also, dass ich gerade ein paar Sympathiepunkte verloren möchte, zu sagen. Ich bin gefickt, das war's. Ich sterbe jetzt. Ja, willkommen in der Totenwelt. Mann! Und Oschi kann auch nichts machen. Ja. Oschi liegt am Boden. Ja, voll verkackt. Der kann sich ja hochheilen, aber nicht selber hochhelfen, soweit ich weiß, oder? Finde, helfe, ja. Was? Da wird mir hochgehelfen? Okay. 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 Kaskar, Ghost, TCCF, Unterricht, HO, danke für den Follow. Oh, Intention. Tiger schenken Yoshi, ein Tiger. Ja! Spielen die gerade Reise nach Jerusalem? Reise nach Jerusalem. Ich glaube, hier ist es schwer. Was ist das so für ein Erster, rechts? Ich glaube, diese Reise nach Jerusalem hat, dass Yoshi vielleicht ein bisschen verkackt ist. Ab an den Haken. Hier auch noch mal draufschlagen. Der hat es bei mir beim ersten Mal aufgenommen. Wie ist der Kackt? Verkackt. Ja, bitte, du bist ein kleiner Troikin und Müllflachsfäden noch. Ja, gut. Ein bisschen verkackt. Ist gerade nicht aufgefallen. Beta-Test-Bonus? Okay. Ja, gut. Wer played, ne? Ja. Wer played? Das war jetzt eine ganz miese Nummer, ey. Das war jetzt ein kleiner Troikin und Müllflachsfäden. Und deshalb, geht es dir nicht perfekt auf. Vonem Labor